Hallo ihr lieben Spinnerinnen und Spinner da draußen, herzlich willkommen zurück oder herzlich willkommen in der Schanthema Nuhanspinnerei, je nachdem ob ihr schon mal hier wart oder nicht. Egal, ihr seid auf jeden Fall herzlich willkommen und heute geht es um ein wichtiges Thema, Motten. Vor ein paar Wochen habe ich ein Video über die Lagerung von Wolle und Mottenprävention gemacht. Da ging es nur darum, was können wir tun, damit wir keine Motten bekommen. Daraufhin haben ganz viele von euch gefragt, ob ich nicht auch ein Video darüber machen könnte, was man gegen Motten tun kann, wenn man sie denn hat. Und das nehme ich heute in Angriff, obwohl ich selber zum Glück, Klopf auf Holz, noch nie diesen Fall hatte. Ich hatte einmal ein Kaldiertes Vlies mit Motten oder in dem ich zumindest ein paar Mottentierchen gefunden habe. Das habe ich einfach eingepackt und entsorgt. Das ist auch schon lange her. Und ich habe mich aber in den letzten Jahren immer wieder theoretisch mit dem Thema beschäftigt, auch habe mir auch Geschichten angehört, bei vielen Gelegenheiten, in Kursen, auf Wollfestivals und so weiter. Und das versuche ich heute zusammen mit meiner Recherche zusammenzutragen und euch zu präsentieren und euch einen guten Überblick zu geben. Deswegen werden wir auch über verschiedene Sachen sprechen. Wir werden nämlich überhaupt erstmal darüber sprechen, was ist eigentlich unser Feind, womit haben wir es zu tun. Dann sprechen wir kurz darüber, wie wir Mottenbefall überhaupt erkennen können und dann natürlich verschiedene Möglichkeiten, was wir gegen Motten tun können. Weil das ein recht langweiliges Thema ist, videotechnisch gesehen, weil ich euch nicht viel zeigen kann, wie ich das sonst in Videos so mache, werden wir spinnen. Das heißt, ich habe hier ein Bett, ich habe einen Rocken und ich habe eine Spindel und wir werden gleich loslegen und das Bett auf den Rocken bringen und so weiter und so fort. Ich werde bestimmt nicht so eine volle Spindel haben, wie die am Ende des Videos, aber wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Ganz kleine Triggerwarnung, es geht halt um Insekten und um Larven und solche Sachen, wenn ihr euch davor ekelt oder so. Ich zeige sie euch nicht, aber wenn ihr euch davor ekelt, dann müsst ihr vielleicht an manchen Punkten skippen, aber es soll vor allem informativ sein. Legen wir los. Als erstes müssen wir das Bett dissen, bevor das auf den Rocken kommt. Also, womit haben wir es eigentlich zu tun? Je besser wir unseren Feind kennen, desto besser können wir ihn bekämpfen. Textilmotten oder auch Kleidermotten heißen tatsächlich eigentlich Tineda Biciliella. Biciliella, also ganz fieser Name, ganz fieser Name. So, diese Spezies von Motten gehört zu den Nachtfaltern, aber sieht nicht so aus wie die normalen Nachtfalter, die wir so sehen. Also, diese größeren Motten im Gegenteil, die sind super, super klein. Das sind eigentlich auch Tiere, die vor allem im Mai bis August oder im Zeitraum zwischen Mai und im August, also im Sommer praktisch, aktiv sind und rumfliegen. Wobei die Männchen mehr fliegen, während die Weibchen halt Eier legen und so. Und die Weibchen legen eine Menge Eier. Die können bis zu 250 Eier legen. Das ist eine Menge. Und unter günstigen Bedingungen kann es somit also zu vier Generationen im Jahr praktisch kommen. Da können eine Menge, also die können sich echt schnell und viel verbreiten. Wie bei allen Faltern und Schmetterlingen und so, gibt es halt einen ganz normalen Zyklus zwischen Eier legen, Larven, die dann schlüpfen und die sich dann verpuppen nach einer gewissen Zeit und erwachsenen Tieren faltern, die dann aus den Puppen schlüpfen. Okay, unser Feind sind vor allem die Larven. Kommen wir gleich nochmal zu. Die Eier sind mini, 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 mini klein. Die sind unter einem Millimeter groß. Das heißt, die werdet ihr so nicht erkennen. Die Larven schlüpfen da ungefähr nach zwei Wochen draus. Also das Ganze geht auch ziemlich schnell. Und das Ding ist, bei so vielen Eiern schlüpfen natürlich nicht alle Larven gleichzeitig. Das also auch schon mal im Hinterkopf behalten. Das wird später nochmal wichtig. Was vielleicht auch noch wichtig zu wissen ist, ist, dass die Eier gerne an dunkle Stellen gelegt werden. Also das heißt zum Beispiel in Ritzen, wenn es lose Wolle ist, wirklich in die Wolle rein, überall wo die Falter praktisch hinkommen. Ganz selten auch auf Textilien, wenn die sehr glatt sind oder so. Aber das ist mit ein Grund, warum wir die in der Regel gar nicht unbedingt sehen können, die Eier. Die Larven, wie gesagt, schlüpfen nach zwei Wochen und die sind das Gefährliche. Die Larven fressen nämlich die Wolle. Die mögen gerne das Keratin oder die brauchen das Keratin, um sich zu entwickeln. Die sind auch nur ungefähr 7 bis 9,5 Millimeter groß. Das heißt, auch jetzt nicht so leicht vielleicht zu finden, aber durchaus sichtbarer als die Eier. Ja, wir haben, also falls ihr mal auf die Suche geht, die sind so braun, gelb, weiß, gelb eigentlich, aber der Kopf ist so braun, gelb und hat auch in der Regel so einen schwarzen Streifen. Die Larven sind tatsächlich auch recht resistent. Unter guten Bedingungen, das heißt bei hoher Luftfeuchtigkeit und bei einer Temperatur zwischen so 15 und 30 Grad, die sind ja im Sommer leicht erreicht, brauchen die etwa 60 Tage für die komplette Entwicklung. Das Ding ist allerdings, wenn die Bedingungen nicht optimal sind, können sich diese Larven, gerade dann, wenn sie genug Futter haben, ziemlich lange halten. Die können sogar überwintern und schlüpfen dann einfach erst, also verpuppen und schlüpfen dann sich im Frühjahr bzw. im Sommer, wenn es warm wird. Also von daher ist es nicht so, als würden die einfach so von alleine verschwinden. Und wie gesagt, die Larven sind im Prinzip unser Feind. Die Motten selber sind so 4 bis 9 Millimeter groß, also auch ziemlich klein, beziehungsweise die Flügelspannweite ist halt so anderthalb Zentimeter ungefähr. Das heißt, das sind wirklich nur diese Mini-Motten. Die tauchen übrigens nicht in der Küche oder so auf. Wenn ihr da so kleine Motten findet, sind das Lebensmittel-Motten. Da müsst ihr keine Angst um eure Wolle haben, aber vielleicht um eure Lebensmittel. Also vielleicht trotzdem bekämpfen. Die Bekämpfung ist tatsächlich auch recht ähnlich. Die erwachsenen Tiere, habe ich schon erwähnt, fressen die Wolle nicht. Das heißt, die sind wirklich nur gefährlich und die wollen wir nur loswerden, damit sie keine Eier legen. So, jetzt haben wir den ganzen Fluff hier. Der muss jetzt erstmal auf meine Hand rocken. Und währenddessen beschäftigen wir uns kurz mit der Frage, wie wir eigentlich erkennen können, dass wir einen Mottenbefall haben. Ein sehr, sehr offensichtliches Indiz sind natürlich Fraßlöcher. Also wenn ihr eure Stränge kontrolliert, Garnstränge kontrolliert, Kammzüge aufmacht und feststellt, da sind wirklich wie so Löcher drin, abgebissene Stellen und so, dann ist das ein ziemlich sicheres Indiz dafür, dass ihr Motten habt. Deswegen macht es tatsächlich auch Sinn, zumindest so ein, zweimal im Jahr den Stash durchzugehen und einfach mal so ein bisschen zu kontrollieren und zu gucken, neu zu sortieren. Das kann man dann auch für den Frühjahrsputz nutzen. Eine andere Hilfe zur Erkennung vom Mottenbefall können Pheromonenfallen sein. Darüber hatte ich auch kurz in dem anderen Video gesprochen. Die locken die Männchen an und wenn da welche drin sind, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch und dann macht es Sinn, dass man den restlichen Stash einfach mal durchguckt, um vielleicht Larven zu finden zum Beispiel oder auch weibliche Motten. Aber auch hier nochmal kurz der Hinweis, stellt die Pheromonenfallen nicht unbedingt am Fenster auf, macht das Fenster zu, damit ihr keine Motten anlockt. Das Ding ist nämlich, die haben eine ziemlich hohe Reichweite und die können durchaus von Haus zu Haus praktisch umziehen. Also wenn es in einem Haus einen Befall gibt, sind die durchaus in der Lage, sich in der Umgebung umzuschauen, wo ist noch was. Es kann aber natürlich auch sein, dass man sich Motten ins Haus holt, indem man was kauft, wo schon Larven oder Eier drin sind. Das heißt, die dritte Möglichkeit ist natürlich einfach, ihr seht kleine Motten, Tierchen in der Nähe von eurem Stash. Auch dann würde ich alles mal kontrollieren. Ein weiteres Indiz oder worauf ihr achten könnt, wenn ihr sucht, sind nicht nur die Larven, sondern auch die Gespinste. Die sind auf jeden Fall besser zu erkennen, also die Puppen praktisch, als die Eier, weil die ein bisschen größer sind. Die sind nämlich entsprechend ein bisschen größer als die Larven, also durchaus so ein Zentimeter groß oder so und sind so ein bisschen fadenziehend. Also das heißt, das ist durchaus etwas, was ihr zumindest in nicht weißer, offener, kadierter Wolle oder so, sondern zum Beispiel an Kammzügen oder auch an Wollsträngen, Garnsträngen oder so ganz gut erkennen könnt. Das hat gut gepasst. Der Rocken ist fertig. Jetzt können wir uns überlegen, was können wir machen, wenn wir einen Mottenbefall haben. Also was machen wir jetzt, wenn wir einen Mottenbefall haben? Erstmal Ruhe bewahren. Erstmal, ne, oder erstmal Ruhe bewahren und alles voneinander trennen. Durchgucken und voneinander trennen und die Wolle, die Materialien, die befallen ist, getrennt einpacken von der Wolle, die nicht befallen ist. Vor allem auch, damit frisch geschlüpfte Motten, erwachsene Motten, nicht rauskommen und je nachdem woanders Eier legen können. Deswegen ruhig luftdicht einpacken. Was im nächsten Schritt Sinn machen kann, ist erstmal alles, was befallen ist, zu waschen und dann in der Sonne zum Trocknen auszulegen. Wenn ihr Glück habt, kann es sein, dass ganz viele Eier und Larven dabei schon austrocknen. Wenn die Wolle trocken ist, könnt ihr sie zusätzlich in schwarze, große Müllbeutel einpacken und noch ein bisschen in der Sonne stehen lassen. Auch das trägt dazu bei, dass die Larven sich nicht weiterentwickeln können und im besten Fall austrocknen. Zur Erinnerung, wir bekämpfen halt nicht nur die Motten selber, sondern alle Entwicklungsstadien. Das heißt, es geht vor allem darum, die Larven loszuwerden, weil die ja die Wolle fressen. Es kann also Sinn machen, zwar zum Beispiel durch die Wolle zu gehen und zu schauen, dass man alle Motten-Tierchen, die man findet, aussortiert, vernichtet, wie auch immer. Aber nur dadurch verschwinden die Motten nicht. Nachdem wir jetzt ja eine Menge auch über die Larven und so gelernt haben, sind die ersten zwei Möglichkeiten, die wir anwenden können gegen Motten, Hitze oder Kälte. Das sind auch die günstigsten Varianten, deswegen würde ich immer sagen, die sollte man zuerst ausprobieren. Eine Möglichkeit ist, die Wolle oder die Materialien, die Textilien einzufrieren, wenn man denn die Möglichkeit hat. Das hängt natürlich davon ab, wie viel Platz man in der Tiefkühltruhe hat und wie viel Stash man hat, wie viel Wolle befallen ist. Im Zweifelsfall muss man das im Turnus machen. Es macht Sinn, die Wolle für zumindest eine Woche einzufrieren und zwar bei unter 18 Grad. Wie gesagt, die Larven sind recht resistent und können eine Menge überstehen. Ich habe auch schon ein paar Mal davon gehört, dass das schiefgegangen ist, aber ausprobieren kann man es natürlich, wenn man Platz und Möglichkeit dazu hat. Wichtig auch hier, die Eier sterben nicht unbedingt ab, das heißt, man sollte das Ganze alle drei bis vier Wochen wiederholen. Das heißt, im Zweifel ist eure Tiefkühltruhe den ganzen Sommer voller Wolle, aber es kann eine einfache und günstige Möglichkeit sein, die Viecher loszuwerden. Günstig im Vergleich zu manchen anderen Methoden, die ich gleich noch erwähne, denn natürlich entstehen hier Energiekosten. Hitze kann ebenso effektiv sein, aber auch hier, es braucht eine Menge davon. Und zwar könnt ihr zum Beispiel die Wolle bei 50 bis 60 Grad für eine Stunde in den Backofen legen. Da ist natürlich Ober- und Unterhitze ganz gut, Umluft funktioniert aber auch. Und auch das sollte man so alle drei bis vier Wochen mal wiederholen, damit auch hier nicht nur die Larven austrocknen, sondern im besten Fall auch die Eier. Beziehungsweise man sicherstellen kann, dass da nichts überlebt hat, was dann vielleicht schlüpfen kann, was sich dann vielleicht einpuppen kann und so. Eine Alternativmöglichkeit zum Backofen, denn auch das ist natürlich sehr abhängig davon, wie groß euer Stash ist, wie gut das funktioniert, kann es sein, die Wolle in schwarze Müllbeutel einzupacken, wie ich das am Anfang gesagt hatte. Und statt einfach nur in der Sonne stehen zu lassen, in den Kofferraum eines Autos zu legen, weil es da sehr, sehr, sehr warm wird. Und das Ganze auch wiederum ein paar Tage am besten liegen zu lassen, in der Hoffnung, dass wiederkehrende Sonneneinstrahlung dann eben zu sehr, sehr hohen Temperaturen führt und damit dazu, dass die Larven das nicht überleben können. Wie gesagt, beim Backofen waren es 50 bis 60 Grad. So, das heißt, entweder ihr wiederholt auch das alle paar Wochen oder aber ihr lasst das Ganze einfach über mehrere Wochen im Kofferraum. Das kann natürlich auch Sinn machen, wenn ihr denn dort den Platz habt und den Kofferraum praktisch entbehren könnt. Denn auch nach Stashgröße kann natürlich der ganze Kofferraum belegt sein. Eine wohl sehr effektive, aber etwas kostenintensivere Möglichkeit ist Neemöl. Neemöl ist ein natürliches Insektizid und stört im Prinzip die Entwicklung der Larven. 250 Milliliter kosten so zwischen 10 und 13 Euro, aber damit kann man auch schon weit kommen. Das Ganze gibt es auch in Sprühflaschen. Und jetzt muss ich meinen Rocken nochmal richten. Damit könnt ihr dann im Prinzip eure Materialien direkt einsprühen. Und das geht dann tatsächlich auch, die Wirkung entfaltet sich tatsächlich recht schnell. Aber auch diese Behandlung sollte man natürlich alle paar Wochen wiederholen, weil es werden eben nur die Larven betroffen im Prinzip und nicht die Eier. Ja, deswegen können da neue Larven schlüpfen und hier würde ich sogar fast sagen alle zwei bis drei Wochen, weil die Larven schlüpfen nach ungefähr zwei Wochen aus den Eiern. Aber ich habe bis jetzt nur Gutes über diese Methode gehört. Wie gesagt, ich musste sie bis jetzt noch nicht selber anwenden. Toi, toi, toi. Aber das ist definitiv eine Möglichkeit. Eine weitere natürliche Möglichkeit sind im Prinzip Schlupfwespen. Schlupfwespen haben nichts mit normalen Wespen zu tun, keine Angst, sondern das sind Nützlinge und natürliche Feinde der Motten, die wir uns praktisch zu Nutzen machen können. Allerdings ist das tatsächlich auch die kostenintensivste Methode. Schlupfwespen sind nur so 0,4 Millimeter groß, also auch super, super, super klein, ähnlich wie die Eier von den Motten. Und die werden tatsächlich auch angegriffen in diesem Fall, denn die Schlupfwespen legen ihre Eier in die Eier der Motten und die Larven, die daraus schlüpfen, fressen die Eier von innen auf. Das Coole ist, sobald die Schlupfwespen kein Futter mehr finden, verschwinden die einfach, beziehungsweise sterben. Die sind halt auch so mini, mini, mini klein, das fällt überhaupt nicht auf. Die haben ohnehin nur einen Lebenszyklus von sieben bis zehn Tagen. Also von daher, kein großes Ding. Die kann man als Lebendtiere bestellen im Internet, in manchen Pflanzentierfachgeschäften. Pflanzen deswegen, weil es eben auch Tierchen gibt, die Pflanzen befallen und die von Schlupfwespen bekämpft werden können, praktisch. Und die kommen dann in der Regel in so einem kleinen Umschlag, da sind dann so 2000, 3000 von diesen Tierchen drin. Diesen Umschlag legt man dann zu der befallenen Wolle, zu den befallenen Textilien und die Schlupfwespen machen den Rest. Und meistens funktioniert das Ganze eh wie in so einem Abo. Das heißt, man bekommt regelmäßig alle drei Wochen neue Umschläge, die man dann direkt zu den Materialien legen kann, beziehungsweise die austauschen kann gegen die Alten. So, und hier bekämpfen wir praktisch ja wirklich die Ursache, die Eier. Trotzdem sollte man das natürlich wiederholen, weil in der Zeit können erstens Erwachsene, Motten neue Eier legen. Und es gibt Larven, die sich vielleicht eingepuppt haben irgendwo. Wir müssen halt immer den ganzen Zyklus betrachten, wenn man so will. Nach allem, was ich bis jetzt gehört habe, funktioniert das tatsächlich super, super prächtig. Allerdings kann die Geschichte auch je nachdem, wie viele Umschläge man braucht, und das ist abhängig davon, wie viel Befall man hat, wie viel Wolle, Textilien man befallen hat, zwischen 25 und 100, 200 oder sogar mehr Euro ausgeben. Das heißt, das ist natürlich wirklich nur eine Methode für gewisse Geldbeutel und sollte gegengerechnet werden mit dem Wert des Dashs. So, das sind im Prinzip die Methoden, sie zu bekämpfen. Und um sie dauerhaft zu bekämpfen, noch ein wichtiger Hinweis. Sauber machen! Denn die Eier können sich ja tatsächlich überall verstecken. Grundsätzlich werden sie wahrscheinlich in die Wolle gelegt, aber ich hatte vorhin schon mal kurz erwähnt, dass Eier auch in Ritzen, in Regalen sein können, ganz hinten in Ecken von Schubladen und so. So, grundsätzlich sind Motten kein Hygieneproblem. Jeder kann von Motten befallen werden oder jeder Stash. Und das hat nichts damit zu tun, ob ihr regelmäßig bei euch zu Hause sauber macht oder nicht. Im Gegenteil. Aber es kann ein Grund sein, dass Motten immer wieder kommen, wenn ihr nicht ordentlich sauber macht. Das heißt, alle Stellen, das entweder im Regal, im Schrank, in Kisten, an denen Wolle war, die von Motten befallen war, gründlich, gründlich sauber machen. Am besten wohl, habe ich gelesen, mit Essigwasser. Fragt mich nicht warum. Das weiß ich tatsächlich leider gar nicht. Aber das als zusätzliche Information. Das heißt, alles gut auswischen und dann natürlich danach auch regelmäßig nochmal kontrollieren, dass nicht doch noch irgendwo was war und wieder erwachsene Tiere heranwachsen konnten, die ihr dann wieder in euren Materialien drin hatte. Und danach gilt dann natürlich wieder Prävention und darauf achten, dass man vielleicht gar nicht erst Motten bekommt. Dazu nochmal der Verweis, dass ich euch das Video über die Lagerung von Wolle und Mottenprävention unten nochmal verlinke, damit ihr euch das nochmal anschauen könnt, wenn das noch nicht passiert ist. Hier habe ich eine etwas dicke Stelle, die gleiche ich jetzt mal aus. Das war's. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Schreibt doch gerne mal unten in die Kommentare, falls ihr schon mal Motten hattet und was euch geholfen hat. Wegschmeißen ist natürlich auch eine Möglichkeit, die ich hier außen vor gelassen habe. Aber ich habe ganz zu Anfang erwähnt, dass ich schon mal ein ganzes Fleece, ein Kilo Wolle weggeschmissen habe. Aber falls ihr ähnliche Tipps genutzt habt, wie die, die ich jetzt in diesem Video gegeben habe, wäre das natürlich interessant, wenn ihr einen Kommentar schreibt, ob die für euch funktioniert haben oder nicht. Oder auch, falls ihr noch zusätzliche und andere Tipps habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Das gesagt, danke für eure Aufmerksamkeit, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Freude bei all euren Spinnereien. Bye. Kann nicht winken. Bye. Meine Spindel ist natürlich nicht voll geworden, aber ein bisschen was haben wir geschafft.